Der wird Ärger machen. Ich weiß, aber er ist so verdammt talentiert. Why not? Hallo, mein Name ist Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie Bleifarbe, Appetitlich, aber Tödlich, PP steht für Psychopath oder 60 Minuten von verstümmelten Verkehrsopfern. Heute möchte ich Ihnen einen kleinen, aber feinen Filmpodcast vorstellen, nämlich Why Not. An meiner Seite habe ich dafür eingeladen den Christian. Christian, erste Frage, warum hat es bei Ihnen nicht zu einem Nachnamen gereicht? Doch, doch, ich habe einen Nachnamen, aber der wird stumm gesprochen. Also er besteht nur aus stummen Vokalen. Aus einem großen D oder aus vielen Ds und alle sind stumm. Genau, und vorne noch, also M, dann Apostroph und dann großes D und ein stummes H. Und alles ist aber stumm. Also Christian. Genau. Schön, schön. Ganz genauso. Gut, nach diesem tollen Einstieg begrüße ich euch ganz herzlich bei Why Not. Ich bin der Tommy und nicht Troy McClure. Habe ich euch gut reingelegt. Hahaha. Ja, wir haben heute mal eine Folge voller Serien gepackt. Und vielleicht auch als Kontrast zu den Top-Filmen, die wir ja derzeit ein bisschen abliefern, dass wir auch mal den Fokus auf was anderes legen. Willst du denn sagen, worum es heute geht? Kannst du auch Nein sagen? Ja, es geht heute um Serien. Also ein bisschen als Kontrast zu den Top-Filmen, die wir jetzt abliefern in der letzten Zeit. Und wir haben uns drei Stück ausgesucht. Wir haben eigentlich noch mehr geguckt, aber wir dachten, wir haben genug Zeit wahrscheinlich damit zu verbringen, diese ganzen Serien eben zu besprechen. Und zwar geht es heute, wie ihr schon gesehen habt, um Californication, Transparent und House of Cards, Staffel 1 bis 2. Genau. Und Californication, Staffel 1 bis 7 und Transparent, Staffel 1. Also Californication hast du abgeschlossen und Transparent läuft auch noch. Genau, die zweite Staffel wird dann bald nachgereicht. Nach diesem tollen, lustigen Einstieg, würde ich sagen, fangen wir dann einfach mal an. Ja, super. Da ich zwei Sachen mitgebracht habe, würde ich als Erster starten? Ja. Okay, sehr schön. Ich habe kurz überlegt, nehme ich erst Californication oder Transparent? Ich würde jetzt ganz gerne Californication zuerst nehmen, damit ich was habe, worauf ich mich am Ende noch freuen kann, wenn es okay für dich ist. Ja, ich finde es auch schön, dass du den gesamten Entscheidungsprozess, wie du zu der Entscheidung gekommen bist, nochmal offenlegst, sodass wir alle nochmal warten. Wir sind hier transparent. Ja, genau. Gut. Aber erstmal müssen wir sind wie Californication. Erzähl mal, worum geht es eigentlich? Geht es um Akte X oder warum spielt dieser Typ da mit? Was macht er? Billige Überleitung, aber ja, David Tukovny spielt mit, der in Akte X den Mulder spielt, glaube ich. Ich habe nie Akte X geguckt. Nee. Spielt der Mulder? Oder Scully? Nee, Scully ist die Dame. Ja, glaube ich auch. Okay, gut. Also er spielt Mulder. Hier spielt er Hank Moody. Der Name ist Programm. Okay. Ein erfolgreicher Schriftsteller aus Los Angeles, der in Karen, der Mutter seiner Tochter, die große Liebe eigentlich gesehen hat, aber es immer wieder schafft, die Beziehung zu ihr zu sabotieren. Okay. Also er ruhrt halt durch die Gegend, als gäbe es keine Ahnung. Er ruhrt durch die Gegend, okay. Und das ist der Inhalt der ganzen Serie? Ja, grob runtergebrochen ist das der Inhalt der ganzen Serie. Deswegen ist sie auch ab 18, wie ich gesehen habe. Ganz genau. Man sieht sehr viel nacktes Fleisch. Eigentlich nur von Frauen. Okay. Sieht man mal sein Genital? Nein. Warum nicht? Weil es Amerika ist. Okay. Gut. Also es ist ein anderes. Ich glaube, du siehst wirklich keinen einzigen Penis. Wobei in Game of Thrones siehst du ja auch Penisse. Und ich glaube, die Serie ist nicht mal ab 18. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube es ist ab 16. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich dann doch. Da für den letzten Schritt hat es nicht gereicht. Okay. Also er ist so ein bisschen sexsüchtig wahrscheinlich. Davon habe ich auch gehört, dass das in sein wahres Leben auch rüber geschwappt ist irgendwie, dass er sich behandeln lassen musste. Stimmt es? Jetzt habe ich mal gelesen. Ich habe jetzt bei Dave Dukovny nicht recherchiert, aber ich habe auch gehört, dass die Serie oder die Rolle Hank Moody ihm sehr nahe sein soll. Also im realen Leben. Dass Fiktion und Realität sich nicht ganz trennen lassen. Gut, erzähl du erstmal. Ich habe noch ein paar Fragen, aber leg mal los. Okay, ja, er ist ein Schriftsteller eben in Los Angeles, deswegen hat es auch sehr viel Bezug auf Hollywood. Das ist allerdings alles ein bisschen stark überzeichnet, wodurch ich nicht so den Zugang dazu gefunden habe. Und man sieht eben immer, okay, das ist jetzt einfach vollkommen übertrieben und bedient ziemlich viele Klischees. Andere sagen, ja, ein super gutes Bild von Hollywood, was da die Abgründe sind und wie die Menschen sich da verhalten. Der einzige Reiz der Serie war eigentlich für mich David Dukovny oder Dave Dukovny. Ich nenne ihn Dave. Ist ein Charlie Harper in lustig, was auch im Deutschen ganz gut passt, weil die beiden dieselbe Sykronstimme haben. Ich habe auch echt daran gedacht, ich habe die Serie noch nie gesehen, aber ich musste echt an diese Serie denken, weil du auch sagtest, so ein bisschen überzeichnet und so. Er ist die Hauptattraktion des Ganzen, weil die Drehbuchschreiber scheinbar all ihre kreative Energie wirklich nur in seine Dialoge gepackt haben. Und er ist dann eben immer schlagfertig und spontan, hat einen trockenen Humor, auch ziemlich derbe teilweise. Und das ist ja eigentlich das, was den Reiz daran für mich ausgemacht hat. Zusätzlich ist es aufgebaut wie eine Seifenoper, die ganze Serie. Also man hat immer den Einstieg in eine Folge, ist immer lustig gehalten und unterhaltsam. Und zum Ende hin kommt irgendwie ein dramatischer Cliffhanger, dass seine Frau, also die schien, nee, sie waren eigentlich nicht verheiratet, ist egal, also die Karen, die Mutter seiner Tochter, die Mutter seiner Tochter, beziehungsweise seine Tochter Becca, irgendwann am Ende sauer auf ihn sind, weil er die Folge über wieder Scheiße gebaut hat und dann gibt es wieder ein paar ernste Dialoge und du denkst dir, oder ich dachte mir, oh, hoffentlich ziehen sie jetzt diesen ernsten Ton mal durch und bringen jetzt mal eine ganze Folge so. Zack, dann schaut man die nächste Folge an und am Anfang ist wieder alles gut. Und es geht wieder darauf hinaus, dass es lustig wird und die letzten fünf Minuten sind dann wieder ein bisschen dramatisch, womit man die Leute dann wahrscheinlich halten will. Und diese Dramatik dreht sich aber immer nur die ganze Zeit darum, dass Karen oder Becca sauer auf ihn sind, weil er wieder so viel Scheiße gemacht hat. Und er bereut es so oft und er verspricht so oft Besserung im Laufe dieser sieben Staffeln und es kommt eigentlich nie dazu. Also es ist eine klassische Serie, bei der du weißt, okay, sie hatten eine ganz gute Ausgangssituation vielleicht, haben sich dann aber nicht getraut, das konsequent durchzuziehen, weil sie das wahrscheinlich über sieben Staffeln machen wollten. Du merkst auch vollkommen am Ende der siebten Staffel, dass sie überhaupt keine Idee hatten, wie sie damit aufhören sollen. Also es ist nicht gut durchgeplant, hey, wir haben die Idee, hier starten wir, da wollen wir aufhören und das ziehen wir dann durch. Sie hätten das meiner Meinung nach vollkommen auf zwei, drei, vier Staffeln vielleicht reduzieren sollen, mehr Dramatik mit reinbringen, dann wäre es eine wirklich gute Serie geworden. Also mit dem Konzept, dass alles immer wieder genullt wird nach jeder Folge und... Es ist wie eine Seifenoper, ja. Aber die meisten Leute scheinen es abzufeiern, also für die meisten scheint es zu reichen. Ich glaube, die meisten sind auch eher darauf aus, hey, hier sieht man viele Titten und er bringt einen Kultenspruch nach dem anderen. Ich muss sagen, der Sex war für mich irgendwann einfach abstumpfend, weil du weißt dann, okay, sobald irgendeine attraktive Dame in den Raum kam mit ihm, okay, die beiden werden jetzt irgendwie was miteinander anfangen. Es war einfach berechenbar ab einem gewissen Zeitpunkt. Irgendwann gehen ihnen auch die Ideen aus, also die Serie jumped mehrmals den Shark und vor allem in der letzten Staffel. Also die sechste Staffel war wieder noch ein kleiner Zug nach oben, da wurde es meiner Meinung nach ein bisschen besser, weil es auch ein bisschen dramatischer, ein bisschen ernster wurde. Er hat eine andere Frau gefunden, womit du das Gefühl hattest, mit der könnte es sogar klappen. Und das eben so einen Kontrast gibt zu diesem, oh, ich muss jetzt unbedingt zu Karen zurück. Aber ja, die letzte Staffel war einfach, ich hatte das Gefühl, die hatten keine Ideen mehr und haben dann einfach nur noch versucht, irgendwie ein bisschen Aufsehen zu erregen. Also das war ganz kauf. Wie ist das, du hast gerade gesagt, dass er erfolgreicher Schriftsteller ist. Kriegt man davon irgendwas mit? Danke, dass du es ansprichst, das habe ich dir sogar auf meinem Zettel stehen. Das ist auch das Problem, was ich hatte. Ich habe es ja bei Jim Morant angesprochen, dass die Hauptdarstellerin da nämlich durch ihre Taten charakterisiert wird. Und ich habe da angeprangert und auch mal gesagt, achtet mal darauf, wie viele fremd charakterisiert werden. Und hier bei ihm ist es ganz krass der Fall. Nicht was sein Verhalten angeht, das macht er durch seine Taten deutlich, aber seine literarischen Fähigkeiten, wo alle sagen, du bist so ein begnadeter Schriftsteller, du bekommst kaum was davon mit. Oder eigentlich fast gar nichts. Du bekommst immer mit, dass er irgendwie eine Arbeit abliefert und alle sagen, hey, hast du gut gemacht, aber was er da jetzt wirklich zu Papier gebracht hat, das ist alles so vage gehalten. Und ja, das ist eben eine Fremdcharakterisierung seiner Fähigkeiten und deswegen konnte ich da keinen Bezug zu herstellen. Ja, dabei wäre es ja eigentlich total spannend gewesen, ihn mal zu zeigen, wie vielleicht auch dieses Sexleben dann in seine Bücher reinspielt oder was er so in die Bücher rein nimmt, wenn er jetzt gerade was erlebt hat, wie sich seine Geschichten verändern und entwickeln. Das wäre eigentlich echt spannend. Genau, zumal er auch ein ziemlich nihilistischer Typ ist. Also mit Moral hat er es nicht so und sein erstes Buch, womit er in der ersten Staffel Erfolg hatte, heißt Gott hates us all, was ja schon in eine ziemlich klare Richtung geht. Und es hätte mich wirklich mal interessiert, was dann so Passagen sind oder Ideen, die er dann abliefert und abfeiert. Teilweise bringt er es natürlich in seinen Monologen unter oder Dialogen, also seine Ansichten. Aber das wirklich mal gut ausformuliert zu haben, das hätte ich mir dann schon gewünscht. Aber das bringen sie eben leider sehr, sehr selten. Und von welchem Sender ist die Serie? Weißt du das? Welcher Sender hat das produziert? Nee. Keine Ahnung. Könntest du gerne mal jetzt recherchieren, wenn du schnell an den Tasten bist. Ich kann dann vielleicht erzählen, ihr habt es ja schon eventuell mitbekommen, dass ich immer ein Problem habe mit Serien, die oftmals versuchen, irgendwie noch eine Nebenhandlung zu schaffen. Also diese wenigsten Serien konzentrieren sich ja wirklich nur auf den Hauptcharakter, sondern schaffen irgendwie noch einen Nebenstrang, dem man folgen könnte. Hier ist es der Agent von Hank Moody, Charlie Runkle, gespielt von Eden Händler und seine Frau. Und die beiden sind der absolute Horror. Ich habe noch nie eine Nebenhandlung gesehen, die derart schlecht war und qualitativ im Vergleich zu dem Hauptstrang einfach nur abfällt. Jedes Mal, wenn die beiden ins Bild kommen und ich gesehen habe, okay, Dave, du kauf mir es nicht dabei, habe ich eigentlich gedanklich abgeschaltet. Weil es wurde nie lustig. Es war einfach nur eklig. Es war schlecht. Es war grauenvoll. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Pöni von Sat1-Frühstücksfernsehen, aber das ist okay. Ja, große Fans. Liebe Grüße, bitte. Ich habe sie mir übrigens mal gesehen. Aber gut, das nur am Rande. Ich wollte nur mal anklingen lassen, wie fame ich bin. Nee, aber wirklich dieser Agent, der ist so eklig. Der ist wirklich, also Hank Moody ist natürlich auch sexifiziert, aber er hat noch eine gewisse Klasse durch seine, wie heißt das, Eloquenz. Ja. Und Charlie Runkel ist einfach nur eklig und schlecht und peinlich und so viele. Ich hasse diese awkward moments, also wo sie versuchen einfach nur eine peinliche Situation zu kreieren. Da kommen wir noch zu transparent, wie man das gut machen kann. Hier schaffen sie es nämlich nie. Wenn peinliche Situationen sind, sind sie einfach nur peinlich. Und das ist doch für mich als Zuschauer auch nicht angenehm zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich da einzigartig bin. Aber ich fühle mich in so einer Situation unwohl und ich will dann einfach, dass die vorbeigehen. Gut, bist du fertig mit deiner Recherche? Ja, der Sender, der das produziert hat, ist Pay TV gewesen, Showtime heißt der. Okay. Und Showtime hat zum Beispiel Sendungen produziert, wie auch noch Penny Dreadful, was man ja auch kennt. Das sagt mir was vom Namen her, aber kann ich jetzt nichts mit anfangen. Das ist diese Serie mit Eva Green in der Hauptrolle. Die soll gar nicht schlecht sein. Vielleicht gucken wir die auch irgendwann mal an. Ansonsten haben die auch noch sowas gemacht wie die Tudors oder Dexter oder Weeds. Also lauter tolle Serien. Ah, Dexter, meine andere Lieblingsserie. Zu Dexter kommen wir vielleicht auch noch. Oh ja, und zu Weeds vielleicht auch noch. Da sage ich jetzt mal noch nichts zu. Was ich gesehen habe, ist, dass die durchschnittliche Lauflänge ungefähr eine halbe Stunde ist. Das ist ja wiederum positiv, finde ich. Ja, ja, deswegen, ich konnte die auch immer schnell durchgucken. Das war wahrscheinlich auch der einzige Anreiz, warum ich wirklich dran geblieben bin, auch in der siebten Staffel noch. Zumal ich auch wissen wollte, wie sie es zu Ende bringt, weil in den IMDb-Wertungen hast du ja auch die einzelnen Folgen aufgelistet. Und die letzte Folge hatte wieder ein sehr gutes Werting, wo ich einfach sehen wollte, wie eine sehr gute Bewertung, wo ich sehen wollte, wie bringen sie es zu Ende. Und ja, ich verstehe nicht, wie diese gute Bewertung zustande kommt, weil in meinen Augen haben sie es nicht gut geschafft, es zu Ende zu bringen. Eigentlich hätten sie, in der Mitte der Serie hatten sie einen guten Moment, wo sie hätten aussteigen sollen. Den fand ich eigentlich viel schöner. Aber hier, das war, naja, gut. Vielleicht das übliche Cash-Kau-Prinzip. Kuh gefunden, wir wollen sie melken. Ja, und das dann über sieben Jahre. Also echt ganz schön, auch lang, wie es gelaufen ist. Jedes Jahr eine Staffel. Offenbar müssen es ja Leute gut gefunden haben. Ja, genau. Du siehst ja auch die IMDb-Wertung vielleicht gerade. Die ist irgendwie im 8,2, 8,3, 8,4. Ich verstehe es nicht ganz, weil ehrlich gesagt, wirklich, wenn du dieses Muster irgendwann nicht schaut hast, ist es immer wieder derselbe Scheiß, der einfach nur in extremere Situationen getrieben wird. Bei Hangover haben es die meisten aber auch abgefeiert. Also vielleicht ist es einfach nicht ein Humor, zu dem ich jetzt so einen starken Bezug habe. Also der einzige Reiz wirklich Dave Dukovny. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Best-of-Video über YouTube. Dann guckt euch lieber das an. Spart euch Lebenszeit. Und wenn ihr irgendwo einen glatzköpfigen kleinen Typen seht, dann schaltet sofort weg, weil das ist der Agent von ihm. Und das ist so, wie ich diesen Charakter irgendwann gehasst habe einfach nur noch. Ja, ich bin fertig. Gut, du bist fertig, fix und fertig mit der Welt. Nee, jetzt kommen ja die guten Sachen, auf die ich mich gefreut habe. Von daher, es war ganz schön, dass wir das jetzt abgearbeitet haben. Jetzt habe ich es von der Seele und jetzt geht es angenehm weiter mit dir. Dann kommen wir doch mal zu einer Serie, die wir beide, glaube ich, so viel kann man schon mal vorausschicken, ganz gut fanden. House of Cards, von Netflix produziert. Also ein Sonderfall in der bisherigen Seriengeschichte, weil viele Golden Globes und Emmys, glaube ich, auf die Serie herabregneten. Also jedenfalls, was sie genau gewonnen hat, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber sie ist auf jeden Fall sehr gerühmt worden. Und jetzt gehen wir der Sache mal auf den Grund, ob das auch seine guten Gründe hatte. Seine Berechtigung. Genau. Ich würde dir jetzt das Reden überlassen, weil ich eben monologisiert habe. Ja. Vielleicht, wie fandest du es, dass die Serie einsteigt, als er schon ziemlich hoch in der Machtriege sitzt? Also, weil man hätte ja auch unten einsteigen können als Kommunalpolitiker und dann seinen Aufstieg ins Weiße Haus sehen. Er ist ja schon quasi im Weißen Haus. Ich glaube, das hatte mehrere Gründe. Einerseits, also ich fand es gut, aber ich glaube, die Gründe waren, dass einerseits die Serie auf einer Vorlage basiert, also dass es ja davor schon eine gab und die war wahrscheinlich ähnlich aufgebaut, auch wenn sie, glaube ich, viel kürzer war. War eine Miniserie oder jedenfalls weniger Folgen. Ich glaube, die hatte sogar auch mehrere Staffeln. Ja. Oder nicht? Kannst du mal kurz recherchieren? Ja, ich mache das schon mal los. Und was mir natürlich sehr gut gefallen hat, ist, dass du das Gefühl hattest, dass du direkt in der Handlung gerade einsteigst und dass sie es aber nicht so gemacht haben, dass du irgendwie mitbekommen musstest, was ist das jetzt für ein Charakter, sondern der hat sich die vorgestellt. Und der Kniff bei der Serie ist ja, dass er dir oder beziehungsweise der Kamera erzählt, was er gerade denkt, was er gerade vorhat, was das so für Leute sind, mit denen er sich da umgibt, was er vorhat. Und das ist schon ziemlich lustig teilweise, auch wenn er dann so sagt, jetzt kommt der gleich und der will das von mir und ich weiß schon und dann guckt er nur noch in die Kamera so, ich habe es euch doch gesagt. Und das sind einfach super Momente, wo ich wirklich dann auch am Anfang, also gerade am Anfang sind so viele lustige und kurzweilige Momente, dass ich irgendwann nicht mehr aufhören konnte. Und auch als ich dann so die erste Staffel beendet hatte, wollte ich natürlich mit der zweiten weitermachen, aber für mich gab es nie so einen Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt könnte man aussteigen oder jetzt ist so ein Tiefpunkt erreicht. Auch wenn die Serie natürlich ihre Filler-Folgen, sage ich mal, hatte, also wo ein bisschen was von der Handlung gestreckt werden musste, war es trotzdem immer intelligent gelöst und da war immer irgendwas, was einen weitergebracht hat. Entweder mit den Figuren, dass man die Figuren besser kennengelernt hat oder ja. TV-Miniserie, ja, das würde wahrscheinlich sein, ein Kartenhaus, also heißt auch im Original House of Cards und Miniserie, bla bla bla, eine Staffel nur, okay. Du hattest ja schon, wenn ich kurz mal reingrätschen darf, angesprochen, das sind nur vier Folgen gewesen, alles klar. Chapeau, ich gebe dir einen aus. Was du angesprochen hast, waren diese Fourth War Breaks, die er immer wieder mit dem Zuschauer bringt, die ziemlich vielen ja sauer aufgestoßen sind. Also ich weiß ein Beispiel von Olli Schulz, der hat es angesprochen, ich habe es auch von ein paar anderen noch gehört, die ihm gemeint haben, das hat ihm irgendwie nicht gefallen. Ich muss sagen, ich fand das sehr clever gemacht, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er macht dich dadurch zu seinen Komplizen und du bist die ganze Zeit mit ihm in einem Bund, auch wenn du es vielleicht nicht willst, weil du seine Machenschaften nicht magst, aber dass du eben einfach mit ihm in dieser Situation jetzt drinsteckst und er dich immer wieder reinholt. Auch nach dem, was ziemlich Heftiges passiert ist, ich glaube es war in der ersten Staffel, in der ersten Folge der zweiten Staffel, wo er dann am Ende in den Spiegel guckt und meint, glauben Sie, ich habe sie vergessen und das hatte schon wieder immer was sehr Ironisches, aber auch einen cleveren Hintergrund. Ja, also es hat mir irgendwie, also ich kann verstehen, wenn Leute damit ein Problem haben, aber ich fand es halt klasse, auch am Anfang der zweiten Staffel, wo er dann einfach sagt so, willkommen zurück und dann geht es halt weiter. Das hat mir gefallen. Wie fandest du denn das Balancing, weil ich hatte am Anfang das Gefühl, die Serie kann sehr leicht dahin gehen, dass sie ihn ein bisschen, ich sage es mal overpowered, also dass sie ihn als zu kompetent darstellt. Wie fandest du denn das gelöst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von allem, was da passiert ist, nur die Hälfte verstanden. Also was da jetzt für Machtgefüge waren, wer jetzt was machen musste, man hat es immer ganz gut mitbekommen, weil sie sagten, ja wir brauchen jetzt diese 26 Sitze und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir 8 Sitze. Also sie haben es dir immer schon mitgeteilt, was sie jetzt gerade brauchen, aber worum es da jetzt gerade genau ging, das habe ich nicht so verstanden. Also du musstest wirklich schon aufpassen und ich bin teilweise auch mit den Charakteren durcheinander gekommen, weil weiße alte Männer für mich fast auch alle gleich aussehen. Ja und dann hatten sie die Anzüge nicht mehr an und so und dann sahen sie plötzlich anders aus. Aber ich finde, wenn du dich wirklich konzentriert hast, dann hast du auch gut mitbekommen, um was es jetzt genau geht, zumal ich habe auch ein paar Basic-Kenntnisse im politischen System von Amerika, von daher das ging noch. Aber ja, zurück zu seiner Kompetenz. Also du hast schon angesprochen, du hattest wahrscheinlich einen schweren Bezug dazu, dadurch, dass du nicht immer ganz genau mitbekommen hast, was er jetzt genau macht. Also ich habe mich jetzt nicht verloren gefühlt, aber weil ich kann jetzt nicht, ich will damit nur sagen, ich kann nicht genau einschätzen, wie viel Macht er tatsächlich real ausgeübt hat, weil ich das gesamte System nicht wirklich überschaut habe. Aber ich hatte natürlich schon das, ich hatte nie das Gefühl, dass er es wirklich nicht schaffen könnte. Für mich war immer klar, dass er am Ende der zweiten Staffel an dem Punkt ankommt, den man vermutet. Also ich hatte nie Angst, dass er das irgendwie nicht schafft und dass er sich aus den Situationen nicht rauskriegen kann, dass er nicht irgendwie schafft, die Leute noch zu überzeugen oder so. Aber ist dann nicht die Gefahr, dass es auch überreizt wird in eine bestimmte Richtung, also hin zu diesem Overpowern, dass du sagst, okay, das ist jetzt so übertrieben, so krass, die Fäden ziehen kann niemand, dass es so läuft, wie er es will. Ja, hatte ich nicht das Gefühl, aber es ist schon an der Grenze gewesen, muss ich schon zugeben. Also es war schon durchaus noch plausibel, also ich hatte schon das Gefühl, dass es fiktional ist, was ich mir da angucke, dass es jetzt nicht wirklich so passieren könnte, auch wenn es sich an vielen Stellen real angeführt hat. Aber für mich war das so eine überhöhte Version von dem, was halt wirklich in der Politik passiert und vielleicht auch in einer Figur vereint, was viele Politiker zusammen erreichen oder wie das da ungefähr so läuft. Das fand ich schon spannend, aber das mit dem Overpowered kann schon sein, dass es ein bisschen so ist, hat mich aber jetzt nicht gestört. Also ich hatte nämlich die Befürchtung am Anfang, dann musst du aber auch merken, gerade zum Ende der zweiten Staffel natürlich, dass er schon alles auf eine Karte setzen muss. Ich finde, der Präsident verhält sich da am Ende nicht logisch in meiner Hinsicht hin. Also das war dann für mich ein bisschen zu forciert in die Richtung, wir müssen ihn jetzt da hinbringen. Aber nichtsdestotrotz, es gab schon Situationen auch, wo er verloren hat, wo er nicht mehr weiter wusste, wo es eine Krise gab, aber sie haben dir trotzdem verkauft, dass er da die Ruhe behält und trotzdem irgendwie noch einen Ausweg findet. Zumal es ja ganz oft der Fall war, dass du eine Situation hattest, wo du das Gefühl hast, okay, er hat jetzt gerade verloren, aber eigentlich war genau das dein Plan und er wollte was ganz anderes erreichen damit. Das war schon zum Beispiel, indem er Peter Russo aufbaut. Das war ja eigentlich gar nicht seine Intention, sondern er wollte ja damit was anderes schaffen. Und das war schon so ein cleverer Twist am Ende, wo ich gesagt habe, wow, der Typ hat es schon ordentlich drauf. Ja, und auch wenn er dann mit bestimmten Leuten geredet hat und dann sagt er dir als Zuschauer vorher, mal gucken, wie er sich entscheidet. Und dann danach, er hat sich halt vorher überlegt, ich könnte es so oder so machen und dann sagt er, okay, jetzt ist er anscheinend zum Schaf geworden. Er hätte auch der Wolf sein können, aber jetzt ist es so und dann entwickelt es sich so. Und das kriegt man auch ganz gut mit, wie er so verschiedene Details und verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich entwickeln kann, auch durchspielt mit dem Zuschauer ein bisschen. Wie fandest du ihn als Charakter oder bringen wir mal auch seine Frau mit herein, die spielt ja auch eine große Rolle in der Serie, also Robin Wright. Wie findest du die beiden als Charaktere, vielleicht auch zusammen als Gespann? Ich finde, dass beide Schauspieler, Kevin Spacey und Robin Wright, die wirklich mit Tiefe erfüllt haben, die sie aber auf dem Papier eigentlich nicht wirklich hatten. Also, dass die Art, wie Kevin Spacey gespielt hat, unverwechselbar wurde für den Charakter, dass er natürlich Marken gesetzt hat, also dass er diesen Ring hat, mit dem er rumspielt, was dann später noch eine Rolle hat und auch sie, dass sie bestimmte Eigenschaften hat. Aber die Charaktere haben so Momente, wo angedeutet wird, dass sie auch eine Kehrseite haben, die man aber, also wo zum Beispiel Robin Wright an einer Stelle anfängt zu weinen. Aber ansonsten wird den Charakteren nicht erlaubt, da rauszubrechen. Und sie sind halt kontrolliert, sie sind fokussiert, sie können das, was sie machen. Sie sind professionell, sie sind eine Arbeitsgemeinschaft, eine Vertrauensgemeinschaft, auch als Ehe, aber nicht so, wie man sie klassischerweise vielleicht verstehen würde. Und das ist, ja, ich finde, die Charaktere sind nicht sehr tief, aber sie sind sehr glaubhaft dargestellt worden. Also beim Glaubhaft stimme ich dir hundertprozentig zu, beim Tief nur Semi, weil ich finde, er ist ein unterhaltsamer Charakter, aber er ist sehr klar definiert. Er hat nicht viele Nuancen oder diese Kehrseite vermisse ich so ein bisschen, was heißt vermisse ich bei ihm? Ich finde es eigentlich gut, dass er so unterhaltsam ist. Du weißt genau, woran du bei ihm bist. Und er zieht das konsequent durch. Bei ihr finde ich aber, sie hat eine ziemliche Tiefe bekommen, weil sie widersprüchlich ist. Du hast das Gefühl, sie ist eigentlich eine machtfokussierte und kalt berechnende Frau, arbeitet dann aber in einer NGO für wohltätige Zwecke oder für karitative Zwecke und darüber hinaus eben der Zusammenbruch. Sie hilft dann irgendwann noch einem Obdachlosen und das sind alles so kleine Sachen, wo ich sage, wow, sie bricht jetzt hier gerade aus dem Korsett, was man eigentlich ihr schon als Zuschauer umgelegt hat. Also man drängt sie in eine Richtung mit ihm und stellt sie mit ihm gleich, aber sie zeigt doch oftmals Facetten, die nicht seinem Naturellen entsprechen. Aber, dass sie als Paar vollkommen anders sind, da stimme ich dir auch zu, was es wirklich interessant macht. Ich hatte gleich in der ersten Szene das Gefühl, okay, das ist ein Paar, das wahrscheinlich auch auf Sexualität nichts gibt, sondern das auch nur als Mittel zum Zweck einsetzt. Und genau so kam es ja dann auch. Ist übrigens mal aufgefallen, die beiden werden nie miteinander intim, bis auf eine kleine Ausnahme, wo aber auch noch eine andere Person mit dabei ist, sondern immer nur mit Außenstehenden. Das war auch so eine Szene, wo ich, also das habe ich geguckt und das war, normalerweise rede ich nicht oder äußere mich verbal, wenn ich was gucke, alleine. Macht das jetzt nicht praktisch. Diese Szene, wo du gerade darauf angespielt hast, da habe ich echt gedacht, wow, was ist das denn jetzt gerade? Ja, ging mir ganz genauso. Wobei sie es ja angedeutet haben. Ja, ja, schon. Also es gab ja diese Tendenz, aber dass sie es dann wirklich so weit bringen, da war ich auch so, okay, aber ich fand es dann, war eine nette Idee, weil ich es nicht erwartet hätte. Das hat mich angenehm überrascht. Das auf jeden Fall, aber es kam mir auch so ein bisschen so vor, wie wenn Schauspieler so ein bisschen rumblödeln. Sie stehen halt dann so und dann fängt einer für sich an, das zu machen. Stimmt, das siehst du öfter bei Outtakes, ja. Ja, genau. Aber also das war wirklich eine sehr seltsame Szene, aber ja, weil du gerade noch gesagt hast, dass der Charakter von Robin Wright tiefer ist, da stimme ich dir auch zu. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass der Charakter eine ernsthafte Tiefe über die Länge erhalten konnte. Also sie bekommt schon ihre Momente und sie hat auch ihre Backstory und so weiter, aber sie schafft es dann irgendwie doch nicht, sich wie ein richtiger Charakter für mich anzufühlen. Das ist schwer zu sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich kann es nachvollziehen. Vielleicht aber auch liegt es daran, dass solche Charaktere unserem Bekanntenkreis eher fern sind. Dass du eben keinen Bezug dazu herstellst. Also ich kann mir vorstellen, dass es solche Menschen gibt, die eben in diesen Macht so reingezogen werden und daran eben partizipieren wollen und sagen, ja, ich möchte Macht ausüben, aber trotzdem noch irgendwo eine Seite haben, die dem ein bisschen widerspricht zumindest. Oder die auch noch für was anderes steht. Ja, was ich aber auch interessant finde, dass wir, obwohl wir Einsicht in den Charakter von Kevin Spacey bekommen, dadurch, dass er sich äußert, dass der trotzdem dadurch nicht tiefer wird unbedingt. Nee, nee, deswegen, das meinte ich ja. Er ist klar definiert. Also er ist grob abgesteckt. Das wäre halt aber auch die Möglichkeit gewesen. Wenn man schon ins Innere des Charakters blickt, dass er spricht, dann wäre es ja, aber andererseits sind wir auch sowas wie ein Vertrauter, ein Geschäftskunde irgendwie, mit dem er zusammenarbeitet. Ich finde es aber auch gut, dass sie es so gemacht haben. Ja, das schon. Weil sie ist für die Tiefe, er ist eben einfach schlicht fürs Entertainment, wenn du so willst. Und ich finde es gut, dass er klar definiert ist, dass er jetzt nicht wieder ankommt mit irgendwelchen Zweifeln, ist das richtig, was ich mache. Oder er ist einfach ein Egozentriker, der das durchsetzen will, was er braucht, um an Macht zu kommen. Und das zieht der Knallhart durch. Und das finde ich gut, dass die Serie das so gemacht hat. Genau. Und er sagt ja auch am Anfang so, jetzt haben sie mich, also das Spoiler ich mal, ganz am Anfang wird da ein bisschen reingelegt. Oder nicht, er wird übergangen. Also er bekommt ein Versprechen nicht erfüllt. Der ist so gleich schon in der ersten Folge, ja. Genau. Und jetzt sagt er so, jetzt mache ich mein Ding. So, jetzt bin ich mal dran. Und dann läuft es eben auch so. Und deswegen bin ich so gespannt, wie es jetzt ab der dritten Staffel weitergeht. Weil jetzt wird es interessant eigentlich erst. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo das kommt, was wir nicht voraussehen können. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie es so machen wie der Pate mit Teil 1 und Teil 2 erst den Aufstieg und dann eben den langsamen Zerfall. Das würde ich interessant finden. Das wird eigentlich zu erwarten sein, oder? Ja, ich glaube auch sehr, dass sie es bringen werden. Die Bewertungen sind ja sehr, sehr hoch. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die meinten, geht mir mein House of Cards wieder. Ja, also ich bin mal gespannt, was sie machen. Ich finde aber, er hat auch zwei Aktionen gebracht, die ich von der Schreibe her nicht gut fand, wo ich ihn einfach für cleverer gehalten hätte. Also ich hoffe, du weißt, welche Aktionen ich meine, wo er ja schon in die Ecke gedrängt wurde und wahrscheinlich auch keine andere Möglichkeit mehr gehabt hat, was ich verstehen kann, aber ich habe es irgendwie ihm als Charakter zugetraut, dass er dann doch noch einen cleveren und nicht so eine plumpe Lösung findet. Ja, verstehe sehr gut, was du meinst. Dadurch diese zweite plumpe Lösung, die war dann aber, also am Anfang der zweiten Staffel gibt es dann eine plumpe Lösung, die mich aber natürlich, also das war so der Schockmoment, wo du dann halt wieder genau drin warst in der Staffel, wo du dann weitergucken wolltest. Das war schon spannend. Das stimmt schon, ja, aber auf der anderen Seite frage ich mich, ich hielt es nicht dann so für realistisch im Bezug darauf, was die Serie aufgebaut hat für ein Bild, weil es ist von ihm schon sehr dumm, sich so in die Gefahr zu bringen und ich habe mir eher gedacht, okay, dann schickt er halt den Dax Stamper vor, also sein Mädchen für alles. Ja, aber sie haben ja jetzt ein dicker Spoiler für die Leute, die wirklich nicht wissen wollen, worüber wir gerade geredet haben, aber jetzt für alle, die die Serie schon kennen und zu dir, Tommy, sage ich auch, dass das, was sie gemacht haben, sie ja schon angedeutet haben, in der allerersten Sache, die du von ihm siehst, mit dem Hund, der angefahren wird, was dann mit dem Hund passiert, was er da macht, das setzt ja schon den Ton für alles, was danach kommt und es kommt ja, jetzt nochmal gespoilert, kommt ja später noch eine Szene, wo ihn jemand fragt, ja, haben sie schon mal Menschen umgebracht? Und er sagt, nein, aber du hast gerade gesehen, er hat schon was gemacht in der Richtung. Ja. Ja, also da wird es auf jeden Fall richtig spannend, wir sind jetzt auf die dritte und wahrscheinlich auch vierte Staffel, gehe ich jetzt mal davon aus, sehr gespannt und freuen uns drauf. Und halten euch auf dem Laufenden. Genau, wir werden also nochmal darüber reden und nochmal abschließend resümieren, wenn es dann vorbei ist. Von einer Serie, die von einem Internetanbieter, einem Internet-Streaming-Dienst hergestellt wurde von Netflix, kommen wir zu einem anderen, nämlich Amazon Instant Prime, zu Transparent, die Serie, die ja auch jetzt in dem letzten Verleihungsjahr auch einiges abgeräumt hat. Ja, also zwei Golden Globes, einmal für beste Dramaserie und der Hauptdarsteller hat auch noch für seine Hauptrolle, Hauptdarsteller für seine Hauptrolle, ja, natürlich den Preis bekommen. Ja, also auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, in der wir leben. Wir sehen auch, dass sich alles ein bisschen umdreht, dass wir das klassische Fernsehbild eben hatten, dass die Serien ausgezeichnet werden, die super sind und die wurden dann aber auch chronologisch gesendet und man hat sie im Fernsehen gesehen und diese Serien sieht man halt nicht im Fernsehen, sondern nur im Internet, kann sie sich zwar auch auf Blu-ray und DVD kaufen, aber sie sind eben mit einem Streaming-Dienst verknüpft und dass diese Streaming-Dienste jetzt ausgezeichnet werden, ist schon irgendwie spannend, aber kommen wir jetzt mal gleich zur Serie, Transparent, was möchtest du mir darüber erzählen, denn ich weiß eigentlich nichts darüber, nur dass es irgendwie, glaube ich, um einen männlichen Menschen geht, der gerne ein weiblicher Mensch wäre. Genau, also es geht um die Familie Pfeffermann, die jüdischen Ursprungs ist, deswegen auch der Name für die, die sich jetzt gewundert haben. Und der Vater Mord entdeckt nicht, ist falsch, also er hatte sein ganzes Leben lang schon eben das Gefühl, im falschen Körper zu stecken. Er sollte sich, gibt es die kleine Anekdote, in einer Sportstunde in seiner Jugend, sollten sie sich nach Geschlecht aufteilen, die Klasse. Und er hat sich eben wie selbstverständlich zu den Mädchen gestellt, weil es sich für ihn richtig angefühlt hat oder für sie. Und dann hat die Lehrerin aber gesagt, stell dich zu den Jungs und das fühlte sich dann falsch an. Und trotzdem hat er eben diese Lüge, was die Gesellschaft von ihm oder ihr gefordert hat, das ist jetzt wirklich schwer, mit ihm oder ihr das zu trennen, aber was die Gesellschaft von ihr, eigentlich ist es ja eine Frau, von ihr gefordert hat, dann durchgezogen. Das Ergebnis ist eine Ehe, die inzwischen auch geschieden ist und drei Kinder, die mittlerweile erwachsen ist, sind. Er ist ein pensionierter Politikprofessor und ist jetzt, glaube ich, so in den 60er, 70er Jahren, also seines Lebens, nicht in der Zeit. Und trifft dann eben die Entscheidung, okay, jetzt auf den letzten Metern meines Lebens möchte ich ganz gerne doch noch als Maura anerkannt werden, also eben als die Frau, die er eigentlich ist. Und ich kannte eben auch nur die Ausgangslage, dass ein Vater sich als transsexuell outet und das für reichlich Trubel sorgt und dachte mir, okay, das könnte jetzt in eine ordentliche Sitcom-Richtung gehen. Also ich hätte mir dieses Konzept auch sehr gut irgendwie vorstellen können in den Händen von einem Chuck Lor, der ja The Big Bang Theory oder Two and a Half Men gemacht hat. Und dann feierst du eben die ganze Zeit ab, dass da ein Mann ist, der in Frauenkleidung rumrennt und alle kommen damit nicht klar und dann gibt es ganz billige Wortwitze und dergleichen. Also die Verlockung ist auf jeden Fall da gewesen, aber sie haben es wirklich geschafft, das zu vermeiden, sie haben was vollkommen Eigenständiges kreiert, wo ich sagen muss, das wird für die meisten, also den Mainstream wahrscheinlich nicht interessant sein, weil die Serie an sich ist eigentlich nicht wirklich spannend, wenn du so willst. Also bei vielen Serien erwartest du ja, es kommen jetzt richtig krass viele Konflikte und die werden groß aufgebauscht und darum geht es dann. Und das hier meandert mehr so vor sich hin. Es ist sehr nah am Naturalismus, am Realismus gehalten. Und wie das Leben eben so spielt, da gibt es auch mal Passagen, die jetzt vielleicht nicht so spannend sind. Aber du folgst die ganze Zeit eben dieser Frau, die jetzt eigentlich in der Gesellschaft erst anerkannt haben muss, dass sie eine Frau ist. Sie geht dann irgendwann auch mit ihren Kindern, nachdem sie ihnen das mitgeteilt hat, shoppen und geht dann auch auf die Darmentoilette. Und dann wird sie eben von Teenagern ausgelacht. Die Mutter der Teenager fordert sie darauf, dazu auf, die Toilette zu verlassen, weil sie ja ihre Teenager hier traumatisiere, weil sie ja ein Mann sei. Und das sind eben so diese ganzen kleinen Kämpfe, die diese Serie zeigt, die ja schon ziemlich packend gehalten sind, meiner Meinung nach, weil es ja eigentlich wirklich immer noch beschämend ist, dass es in unserer Gesellschaft so noch gehalten wird, größtenteils. Aber ja, darüber hinaus richtet die Serie auch sehr viel Fokus auf ihre Kinder, Sarah, Amy und Josh, die alle mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Sarah ist in den letzten Metern ihre Ehe, entdeckt dann irgendwann, dass sie ihre Jugendliebe Tammy wieder liebt. Also beginnt dann eine lesbische Beziehung mit ihr und trennt sich von ihrem Mann. Dann Amy ist depressiv, ist aber trotzdem irgendwie so total emotional und versucht es irgendwie zu verstecken, dass sie eigentlich, sie weiß mit ihrem Leben überhaupt nichts anzufangen und versucht es irgendwie so zu kaschieren noch. Aber du merkst es eben, dass es an einigen Stellen schon bricht bei ihr. Und dann gibt es noch Josh, der arbeitet in einem Musiklabel und ja, sucht eigentlich die große Liebe lässt sich immer wieder auf die Falschen ein. Und bei all diesen wird erkenntlich, dass Sexualität eine sehr große Rolle spielt in dieser Serie. Was aber der Unterschied ist zu Californication, hier ist Sexualität nicht irgendwie was Abstumpfendes, was sie die ganze Zeit vorhalten, sondern jeder dieser Charaktere sucht durch die Sexualität irgendwie seine eigene Position in dieser Gesellschaft und ja, eine Identifikation für sich selbst. Und dann zeigt es eben, dass Sexualität nicht nur ein Bedürfnis ist, was du befriedigst, sondern dass es auch zu deinem Charakter gehört und dass es eben deine Persönlichkeit formt, dauerhaft, nicht nur als Bedürfnis. Ja, weil die Gesellschaft, in der wir leben, trennt ja immer noch klar nach männlich und weiblich und darum geht es eben sehr, sehr viel. Wo sind da die Grenzen? Wie gehen die Menschen damit um? Kommen sie damit klar? Und was ich bei dieser Serie wirklich sehr stark herausstellen muss, sind die Dialoge. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben. Es sind so fantastische Dialoge, die auf der einen Seite wirklich unterhaltsam sind und sich besonders anfühlen, aber trotzdem realistisch. Also du kannst dir vorstellen, dass irgendjemand so redet, um es mal ein Gefühl dafür zu geben. Quentin Tarantino macht fantastische Dialoge, aber du weißt genau, es ist überzeichnet. Niemand redet so, wie jemand in einem Tarantino-Film redet. Hier kannst du es dir vorstellen, dass jemand so redet, aber es ist trotzdem nicht dieses alltägliche Blablabla, was du schon tausendmal gehört hast. Das ist immer noch mal was Besonderes. Und allein das entwickelt eine Sogwirkung. Fantastische Musik, allein das wäre für dich vielleicht mal interessant, die an sich immer schon eine gewisse Sogwirkung hat. Also ich habe keine einzige Serie zu Ende geguckt, wo ich nicht am Ende noch die Credits durchlaufen habe lassen, um diese Musik einfach noch ein bisschen mitzunehmen. Auch weil ich es irgendwie gebraucht habe, weil jede Serie oder jede Folge, natürlich gibt es auch Fillerfolgen, aber trotzdem entwickeln die dann irgendwelche schönen Montagen in Symbiose mit Musik. Die so eine fessende Wirkung haben, dass du einfach, ja einfach, es ist einfach schön anzusehen. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Das finde ich spannend, weil die Musik jetzt für dich hier ein Herausstellungsmerkmal ist und sehr schön ist. Und zum Beispiel bei der anderen Serie, die ja auch sehr gerühmt wird, House of Cards, die hatten wir ja gerade. Ja. Da ist die Musik irgendwie so unwichtig. Und auch das Intro hat man irgendwann im Ohr. Das Intro war so grauenvoll. Ja, aber... Sorry, das ist eines der schlechtesten Intros, die ich jemals gesehen habe. Ja, so gar nicht mit Persönlichkeit und irgendwie... Nee, null. Sehr seltsam, ne? Das habe ich schon nach dem zweiten Mal geskippt, weil es einfach was vollkommen Beliebiges war. Ja, ich habe es mir auch nur merken können, weil ich... Genau, beliebig ist das richtige Wort und ich habe es mir nur merken können, weil ich es halt wirklich 26 Mal dann gehört habe und geguckt habe. Aber die Musik interessiert mich jetzt dann doch noch viel mehr. Ja, kannst du dir wirklich... Also es ist eine sehr ruhige Musik, melancholisch, die extrem gut dazu passt, aber trotzdem irgendwo auch mal was Schönes hat in dieser Ruhe eben. Vielleicht wirkt es auch wirklich nur in Symbiose mit diesen Bildern, die sie teilweise anfangen. Was ich aber noch sagen muss, die Regie ist der reine Horror eigentlich. Also sie schaffen es wirklich, gute Montagen und Bilder einzufangen, wo du siehst, es geht doch, aber als Stilmitte in Dialogszenen haben sie sich ganz oft die Shaky Cam als Mitte der Wahl gewählt. Und das ist einfach... Böse Menschen würden jetzt vielleicht sagen, ist da Michael J. Fox als Kameramann engagiert worden, aber solche Gedanken sind mir natürlich fern, deswegen will ich die jetzt hier nicht unterbringen, das wäre natürlich geschmacklos und beleidigend, aber es ist ganz grauenvoll. Ich hasse dieses Stilmitte an sich schon und hier, es soll wahrscheinlich zu diesem naturalistisch-realistischen Touch passen, dass du dich wirklich mittendrin fühlst, aber das hätte es nicht gebraucht. Macht Steadicam, zeigt mir die Dialoge, die schauspielerischen Leistungen, die Musik entwickeln an sich schon so eine Sogwirkung, dass es ausgereicht hätte. Auch, ich habe ja angesprochen, sorry, wenn ich jetzt das Wort abschneide, aber dass in Californication so viele awkward moments sind, die ich unerträglich finde. Und hier schaffen sie es, es gibt solche Momente, wo eben die eine Tochter ihren Vater überrascht, wie der auf einmal Frauenkleider anhat und es noch nicht weiß, dass sie eben eine Frau ist. Und das hätte sehr leicht einfach nur peinlich werden können. Aber sie legen eben so eine Tragik noch mit rein, womit sie es schaffen, dieser Mora eben eine Würde zu verleihen. Weil sie ihr ganzes Leben lang ein Versteckspiel spielen musste und jetzt noch einen harten Kampf vor sich hat, dass auch diese awkward moments einfach schöne Momente geworden sind oder Momente, wo du dem locker folgen konntest. Da finde ich jetzt interessante Vergleichspunkte, wenn ich so über diese beiden Serien nachdenke. Einerseits die Kameraarbeit, die mir dann bei House of Cards sehr gut gefallen hat. Da gibt es hier, glaube ich, gar keine Aufnahmen mit einer Handkamera, sondern alles nur Steadicam. Was sehr angenehm ist, was richtig gut aussieht. Ich glaube, die wurden ja auch mit Red-Kameras gedreht, also mit denen, die auch Peter Jackson für den Hobbit verwendet hat, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich jetzt raus. Gut, ist jetzt auch vollkommen unwichtig, aber das sieht einfach wirklich sehr schön aus. Hier hat man eher das Problem bei Transparent mit der Kameraarbeit, wenn man dieses Gewackeln nicht haben kann. Dafür sind wahrscheinlich die Charaktere auch so tief und du verbringst so viel Zeit mit den Charakteren, wie du bei House of Cards niemals aufbringen kannst. Nee, vor allem jeder Charakter ist, es ist kein Held. Also es ist eben, versucht eben realistisch zu sein. Jeder hat seine Schattenseiten, wo du sagst, warum zieht er jetzt das ab? Aber dann hast du auch wieder positive Seiten, wo du an ihnen bleibst. Und jeder versucht irgendwie so in seinem Leben klar zu kommen und irgendwie das Glück zu finden, scheitert dabei aber teilweise grandios. Und es ist eben, du bist die ganze Zeit auf so einem schmalen Grad. Okay, jetzt hat er gerade eine Aktion gebracht, die ich eigentlich nicht so gut von ihm fand. Aber ich kann es trotzdem verstehen von seiner Seite aus. Und das ist ganz fantastisch gemacht. Also kann ich nicht anders sagen. Auch in der Erzählstruktur, was für mich ziemlich neu ist. Also es gibt wahrscheinlich Experimentalfilme oder Arthos-Filme, die sowas schon versucht haben und umgesetzt haben. Boyhood ist so ein Fall, ist jetzt kein Arthos-Film, würde ich eigentlich nicht so bezeichnen wollen. Aber es ist ein ähnlicher Fall, wo eben versucht wird, Leben einzufangen, was zulasten der normalen Kinoregeln eben manchmal geht, hinsichtlich der Spannung. Und was viele dann auch anprangen und sagen, das hat auch keine Handlung und da geht es nicht um krasse Konflikte. Aber du siehst eben Leuten dabei zu, wie sie wirklich versuchen, in ihrem Leben irgendwie klar zu kommen. Und das, finde ich, wird hier sehr gut eingefangen. Zum Ende der Staffel, muss ich sagen, haben sie es dann, vielleicht hatten sie das Gefühl, wir müssen die Leute irgendwie in Staffel 2 rüber retten und wollen jetzt doch noch viele Konflikte und Spannung bringen, die die Leute uns eben halten. Aber es war dann für mich zu forciert. Also es wurde dann auch ein bisschen übertrieben, wo ich sage, jetzt verliert es diesen naturalistischen Touch ein Stück weit, vor allem mit Josh, dem Sohn. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber die letzte Aktion mit ihm habe ich der Serie ehrlich gesagt nicht mehr abgekauft. Aber okay, nichtsdestotrotz eine fantastische Serie, die ich empfehlen kann. Ist nicht für jedermanns Geschmack was, aber man kann mal reinschauen und ja, so die ersten zwei, drei Folgen vielleicht mitnehmen. Und wenn man dann sagt, es ist ein Ton, der mir gefällt und der was Schönes hat, dann bleibt dran, weil die ganze Staffel ist eigentlich so. Und Staffel 2 ist ja angekündigt, soll ja kommen, wird produziert. Genau, Gott sei Dank. Werde ich mir auf jeden Fall angucken, sobald es soweit ist. Also das ist für mich die positive Überraschung des Jahres vielleicht. Ja, neben Whiplash. Ja, wobei über Whiplash habe ich es schon vermutet. Aber hier dachte ich eben, das wird so eine richtige Klamauk-Serie und dass sie dann so was, ja, so was Besonderes geschaffen haben. So was Einzigartiges in der Serienlandschaft, was du sonst nicht geboten bekommst. Ja, wirklich ein Novum. Klasse, ja, also wirklich klasse. Ich kann dir die Serie ans Herz legen, aber wie auch da, ich weiß nicht, ob es fast für dich ist, aber ich kann es erstmal bedenkenlos empfehlen und macht euch euer eigenes Bild und dann könnt ihr mich danach verklagen. Ja, gut. Wir hoffen natürlich nicht, dass ihr uns jemals verklagen werdet, das wäre sehr schade, aber ihr könnt uns weiter verfolgen. Außer wegen Fame. Ja, wegen Fame oder wegen Sexy könnt ihr uns verhaften. Ich sing's jetzt nicht an. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder mal eine Folge mit uns verbracht habt. Jetzt mit einem Serien-Special, es wird bestimmt nochmal eins geben. Gut. Möchtest du mir noch etwas sagen, lieber Tommy? Ja, wusstest du schon, dass Sean Connery den Vater von Indiana Jones spielt, obwohl er nur zwölf Jahre älter ist als Harrison Ford? Oh, wusste ich noch gar nicht. In diesem Sinne macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.